Wenn Godzilla wach ist, dann suchen sie uns nicht mehr. Das dürfen wir nicht machen. Warum nicht? Hier auf dieser Insel werden heimlich Atomwaffen hergestellt. Damit werden sie die ganze Welt vernichtet. Und Godzilla wird dasselbe tun. Wieso denn? Du weißt genau, dass er das nicht macht. Ganz egal, ich bin dagegen. Sieh mal, wenn wir Godzilla aufwecken, dann wird er uns genauso angreifen wie die anderen. Ja, aber nur wir wissen, dass Godzilla hier ist. Das wissen die anderen sicher nicht. Und das ist auch ein ziemlicher Vorteil für uns. Wer sagt denn, dass Sie es nicht vielleicht doch wissen? Wenn Sie es wüssten, würden Sie uns nicht bis hierher verfolgen.